Das heißt es geht jetzt auch wieder zurück da ist auch noch irgendwas. Ich glaub es sind doch Steine, die da bin ich grad nicht sicher. Beeren. Achso ich hab ja noch einen Platz frei. Dachte ich zumindest. Wo hab ich... Äh. Wenn ich jetzt hier draufgehe und eine Lose fressen muss wegen dem Mist, dann werde ich aber zum Berserker hier. Kann ich gar nicht. Jetzt kann ich es aufnehmen. So. Zwei Pilze. Mal gucken wie weit wir mit zwei Pilzen kommen. Dann haben wir noch drei als Ersatz da. Er ist gerade fertig geworden. Was ein Glück. So. Drei Pilze haben wir da. Jetzt machen wir erstmal hier ein Upgrade. Das heißt zack. Verbesserung. Jetzt baue ich hier schon zwei Leder und nochmal 70 Steine. Aber hier könnte man nochmal ein Upgrade hinkriegen wenn man 85 Holz hätte. Ähm. Was hab ich denn noch? Ich hab die Axt noch aber ich hab keine Steinaxt mehr. Also Steinpicke mehr. Das hab ich grad in der Hand. Ich seh es nicht deshalb setze ich das mal eben so rein. sieht nach der Axt aus. Man sollte auch schon in die richtige Richtung schlagen oder? Was meint ihr so? Ich würde ja sagen. Könnte durchaus Vorteile haben wenn man in die richtigen Richtung schlägt. So und danach geht es dann gleich los. Morgen früh. Ich hab drei Pilze. Ich werd einen gleich noch essen. Und ich werd jetzt nochmal eben genügend Ressourcen farmen, dass ich jetzt schlafen kann. Und dann trotzdem morgen früh direkt los kamen. So. Meine Steine ist jetzt auch gleich wieder kaputt. Das macht aber nichts. So. Einmal essen. Einmal verbessern. Dann haben wir das auf Stufe 3. Jetzt können wir schon einige Sachen machen, die wir nicht herstellen können. weil uns da was fehlt. Aber warte. Ich muss mich eben mal hier aufwärmen. Gut. Es geht also. Ich muss nur weiter höher stehen. Etwas weiter höher stehen. Eine verbesserte Steine. Ja ok. Jetzt ist erledigt. Wir schlafen jetzt. Ja wir schlafen jetzt. Wenn es dann morgen ist, dann geht es weiter. Dann packen wir ein. Ich hab noch 49 37. Oh ja. Ich hack noch ein bisschen Holz. Unterwegs zumindest. Dann geht es schon. Sobald ich voll aufgewärmt gehen, geht es dann los. So. Einmal einsacken. Auch einmal einsacken. Und wir müssen nach Osten. Genau. So war das. Einmal ein paar mal hier draufhauen. Dass wir was fürs Kämpfeier haben und so. So. Reicht. Hier noch ein bisschen Platz in der Tasche. Das heißt, ich kann Bären aufsammeln. Und. Was? Wie fühlst du von mir? Weg. Hat er mich angegriffen? Bin ich zu nah dran vorbeigelaufen? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier an so einem See entlang läuft. Was nicht entlang läuft. Sondern. Äh. Sind noch. Oh. Ich muss die Map drehen. Pilze des Nordens. Ja. Und diese kleinen Baumstümpfe sind so böse. Da denkst du dir auch. Oh. Pilze des Nordens gefunden. Nee. Eben nicht. Hier sind noch Bären des Nordens. Die können hier auch direkt futtern. Guck mal. Wenn die da drüber laufen können, dann kann ich doch eigentlich auch da drüber laufen. Ah. Ich hab da was entdeckt. Da sind noch mal Pilze des Nordens. Die hab ich übersehen. Ah. Gott. Was muss ich. Ich muss den aussitzen. Den Schnellsturm. Pch. Das geht nicht. Ich hab das extra so. Das Schöne an den Wrackteilen ist ja die Brennen. Ne. Und noch hat man hier diese natürliche Wärme aus den Wracks. Die kann man auch ausnutzen. Ich würde mir jetzt eigentlich schon mal irgendwie umgucken. Aber ich kann hier nicht umgucken. Das Problem ist, man kann ja auch nicht auf der Map gucken. Oder ins Questlog. Das geht gar nicht. Ne. Man schläft ja offiziell. Man ist ja gar nicht da. So. Könnte dieser blöde Schneesturm mal bitte enden. Ich hab keinen Bock drauf. So. Danke. Okay. Dann nehmen wir hier die Pilze mit. Da ist noch eine Konserve. Das ist das. Einsacken. Äh. Ich hab hier noch einmal Pilze. Auf der Map gucken. Es muss also hier nebenan irgendwo ein Gebäude existieren. Eine Heilpflanze. Pilze des Nordens. Achso. Hier ist das Gebäude. Hier wollte ich eigentlich rein. Beim Schneesturm. So. Ich hab hier eine Safe Zone. Hier bin ich also recht geschützt was das angeht. Das Problem ist dieser blöde Wolf da. Jetzt weiß ich nicht ob sie das gefixt haben. Dass der hier noch nicht rein kommt. Weil äh. Früher hatten wir es ja. Also hab ich ja gar nicht mitgekriegt. Ähm. Aber ich könnte versuchen den zu verscheuchen indem ich die Fackeln hier annehme. Jetzt hab ich die Tür zugemacht. Muss auch gleich wieder was essen. Ist mein Problem. Kann ich mir hier drinnen ein Campfire bauen? Nein. Kann ich mir hier außen ein Campfire bauen? Damit fähre ich da. Pfff. Alter Schwede. Das war jetzt eng. Ich berate jetzt erst den Rotz hier durch. Tut mir leid. Wie lange musst du mit mir Geduld haben. Nein. Ah. Das ist jetzt nicht dein Ernst nehmen. Das ist das Campfire auch. Ihr seht es ist nicht leicht. Und meine Fackel ist jetzt kaputt. Weil ich diese blöde Fackel nicht weggesteckt habe. Ok. Ich hab da ne Picke. Da wollte ich so mal ganz kurz gucken. Also ich bin hier drin nicht ganz vor Kälte geschützt. So. Muss ich mal dazu sagen. Aber ich hab so einen 50% Effekt. Schaden. Ah ok. 5 bis 9. Dann wäre es egal. Dann nehme ich die Picke. Und ich versuch mal den Schneelsturm hier drin zu verstehen. Tja. Was auch geklappt hat. So. Ich hab hier leider keinen Stein in hier. Aber ich hab ja noch ein bisschen Holz hier. Na. Einmal noch. Komm. Sehr gut. Äh. Wie gesagt. Gleich kaputt. Aber ich denke mal es reicht noch um hier ein bisschen Holz zu holen. Das war's. Wird ich hier gewärmt? Nein. Werde ich nicht. Wo ist denn... Da ist der Absturz. Die Absturzstelle. Hier die Steine kann ich doch nehmen ne. Okay. Okay. Ich seh schon. Worauf's hinausläuft. Genau darauf läuft's hinaus. Was? Ah. Sie waren früher nicht so hartnäckig. Wieso hab ich das denn... Ich hab ihn aber auch nicht gesehen. Na gut. Dann... Kommen wir mal wieder oben hin irgendwie. Aha. Aha. Guck mal. Man hat auf jeden Fall einen Müsli-Riegel wieder am Mann. Aber keine Skillpunkte mehr. Das heißt man verliert wirklich wieder alles. Na ja. Gib mir hier 10. Gib mir 10. Braucht das 10 oder? Ich bin jetzt grad immer sicher. Wo ist meine... Da ist mein Kämpfer ja. Das heißt hier ist warm. So. Dann müssen wir die Regel immer hin. Äh. Hat man so die Chance nicht, äh. Wollen wir bauen. Na stopp. Äh. 20 Holz. Ernsthaft jetzt? Ich muss die neu bauen? Oder muss ich... Warte mal. Da drüben bin ich gestorben, ne? Das schaff ich. Das schaff ich. Mit dem Müsli-Riegel im Anschlag schaff ich das. Und dieses Mal gehen wir über das Wasser. Weil es bei den Wildschweinen und bei den Rehen ja auch geklappt hat. Dann muss es bei uns ja auch klappen. Oder hier schon. Das ist ja keine Rehe. Strikt nach Osten hier. Haben sie das geändert? Da liegt noch ein Pilz. Das ist schon mal sehr gut. Will ich dran kommen. Was schon mal nicht gut ist. So. Ich hab zumindest wieder einen Pilz. Kommen wir aber nirgends wo rauf? Doch da. Wieso stehe ich hier da? Da liegt mein Zeug. Aha. Da ist alles. Zeug. Zeug. Menschenfleisch. Okay. Voll, voll, voll. Achso, ja. Ja, ich erinnere mich. Ähm. Werkstatt. Werkstatt? Da. Da. Bauen wir mal die Werkstatt. Ja, die ist wieder eins. Was ist denn das für ein... Ernsthaft jetzt? Oh, das ist doch nicht wahr, oder? Kämpfen. Ich bin voll. Fang. Ich bin voll. Fang. Ja, ich hör's auch. Campfire. Verzieren. Anmachen. Ich werde jetzt zum Kannibalen. Tut mir echt leid, aber... Mal gucken, was das jetzt... Ah, das sind meine Pilze. So, und ich lass die auch als erstes. So. Sieht gut aus, würde ich sagen. Mein Zeug habe ich wieder. Mein Zeug habe ich wieder. Die Dinger sind wieder auf eins. Ach, das ist doch... Das ist doch nicht schön. Das ist doch echt nicht schön. Oh Mann, ey. Warte mal. Wo muss ich denn hier... Hier muss ich hingucken, ne? Ich habe keinen Skillpunkt. Keinen einzigen Skillpunkt. Was habe ich jetzt gemacht? E gedrückt. Nee, ne? Ah, jetzt fresse ich auch noch die... Ration. Es läuft nicht. Es läuft einfach nicht. Jetzt habe ich diese... Blöde Ration da gefressen. Es läuft echt nicht. Also, nach dem Updates jetzt ist es... Schön, dass sie es nochmal knackiger gemacht haben. Dass sie selbst die Updates jetzt gekillt haben, die man quasi... Also hier diese Upgrades der Workbench und was weiß ich, haben sie jetzt gekillt. Dass man die auch nicht mehr hat. Das ist auch super. Echt klasse, ey. Früher hat man ja wenigstens noch die Upgrades behalten. Nein. Jetzt haben sie es noch schwerer gemacht. Jetzt kann man wirklich von null anfangen. Gut. In den Patch Notes stand von irgendwas von Respawn Punkt wählen. Was anscheinend nicht funktioniert. Ich habe es zumindest gerade nicht gesehen, dass ich da irgendwie sowas wählen könnte. Ich brauche Stein. Ich habe keinen Stein. Und ich bin kalt. Und rieere. Wo ist denn? Da ist mein Hütchen. So, wenn ich jetzt hier sage, schlafen. Ja. Ist mir lieber, dann verbrauche ich jetzt kein Futter. Dann müssen wir halt mal kurz warten. Aber wir haben es echt schwer gemacht, ey. Also, na gut, dass ich jetzt diese blöde Ration gefuttert habe, ey. Das war ja irgendwie klar. Das war ja irgendwie klar. Gut. Was ich in Ordnung finde. So als Anfang, dass man wieder ein Energieriegel auf der Hand kriegt. Das ist, in meinen Augen ist das super. Hier. Ich habe sie gerade draußen. Dann kann ich... Ich würde nur so Stein fehlen. Ich würde gerade sagen, dann kann ich jetzt zwar eben verbessern, aber kann ich hier gar nicht. Weil ich hier auch nirgendwo lang laufen kann. Äh, ich würde doch gern da. Ja. Verständlich, weil ich wollte, ne? Ich wollte Stein haben. Und den habe ich hier. Mache ich eben voll mit Steinen. Das ist... Das ist gerade relativ. Und ich esse jetzt auch den Müsli-Riegel. Das heißt, ich haue mich jetzt auch runter. Voll. Jo. Ich haue mich jetzt auch so weit runter. So. Verbesserung. Und zack. Heilsalbe. Fertigen. Wieder einen Platz mehr. Super. 3 Heilsalben. Ähm. Verbesserung. 65 Stein. Nehme ich mit. In der Hoffnung, dass ich damit... Ne? Wisst ihr schon bescheid. Da oben ist ein Wolf. Bödes Vieh. Bödes Vieh.